Hallöchen, mein Name ist Nadine von StampinClub.de und ich möchte mit euch heute eine Karte zum Thema Wie verhext und Halloween basteln. Hierfür benötigt ihr erst ein Stück Farbkarton in Limette, welches ihr auf eine halbe A4-Seite teilt. Ich falze dieses Papier dann bei 7,4 und 14,85 cm. Außerdem benötigt ihr zwei Stücke Wie verhext Designerpapier aus dem Herbst-Winter-Katalog im Maß 6 x 9,2 cm und 9,2 x 13,5 cm. Ein Stück Farbkarton Amethyst schneidet ihr auf 3 x 29,7 cm zu und falzt auch hier bei 7,4 und 14,85. Mit der Big Shot Stanzmaschine stanzt ihr nun mit den Framelitsformen Stickmuster, ich habe hier das Oval verwendet, zweimal ein Oval aus dem Farbkarton Flüsterweiß. Die Framelitsformen Hexenkessel passen super zum Designerpapier wie verhext. Hier stanze ich eine kleine Hexe aus. Zu der Hexe gesellt sich dann eine kleine Katze, wofür ihr ebenfalls sowohl Stempel als auch Framelits im Herbst-Winter-Katalog findet. Mit meinem Snail-Klebemittel klebe ich nun das Designerpapier auf meine Grundkarte. Um etwas Text auf meine Karte zu bringen, habe ich ein Stück Flüsterweißen Farbkarton genommen und den bestempel ich nun mit dem kleinen Geiß aus dem Stempelset Cool Drone Bubble und zwar nehme ich dafür die Memento-Stempeltinte. Denn damit kann ich wunderbar mit den Alkoholmarkern meine kleinen Gespenster etwas kolorieren. Zum Kolorieren nutze ich den Stampin' Blends Alkoholmarker in schiefer Grau-Hell. Ich male bei den Gespenstern links und rechts an den Seiten ein paar kleine Striche und verblende diese dann mit dem Farbauffeller. So habe ich dann in meinem Gespenst eine ganz leichte Schattierung. Möchtet ihr noch Text in eure Karte bringen, so solltet ihr dies tun, bevor ihr die Karte komplett zusammengeklebt habt. Das erleichtert euch das Schreiben. Da auf meinem Amethystfarbenen Balken immer etwas mehr Zug drauf ist, nehme ich hierfür das Abreißklebeband zum Zusammenkleben. Ich klebe hier jeweils nur 6 cm große Stücke auf das Fuhnpapier, denn ich muss darauf achten, dass die Beweglichkeit immer noch gegeben ist. Den Schriftzug Happy Halloween findet ihr ebenfalls im Stampelset Cauldron Barber. Beim Einkleben des vorderen Ovals achte ich darauf, dass mein Klebeband nur an der unteren Seite, also auf dem Amethystfarbenen Streifen und an der linken Seite aufgeklebt wird. Für ein wenig Tiefe nutze ich die Stampin' Immensinals, um die Hexe aufzukleben. Die kleine Katze wird mit dem Flüssigkleber befestigt. Aus schwarzem Farbkarton stanze ich mit der Stanze Fledermäuse drei kleine Fledermäuse aus. Diese befestige ich dann mit den Mini-Klebepumpen. Fertig ist dann auch schon meine Seafold-Karte im Halloween-Look. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Ich freue mich über einen Daumen hoch und einen Kommentar. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch einfach bei mir. Ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren und hier das nächste Video schauen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.